Ronny Berger, bleiben Sie stehen! Hallo! Digga, ist du in seinem Film? Bro! Ey, nicht so schnell! Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Könnt ihr das? Sieht man das überhaupt? Ach du Heilige! Brezel und Bier, ne? Also, ähm... Mein Ziel ist es heute, viele besoffene Leute zu interviewen. Wie viel ist dein Opfer geworden? Also die Hosen 200, glaub ich. Ja? Schuhe, Ruhi halt, ne? Klingeln, Zehner und Jacke, keine Ahnung. Ab zum Oktoberfest! Wir gehen rein. Wir sind reingekommen, wir sind reingekommen! Oh, jetzt geht's los! Und da wird gesoffen. Verena Strobl. Ach, Chef Strobls Frau ist auch hier. Brezo ist auch hier. Bitte geh zu einem Boxautomaten und fährst da ein gegen. Boah, das ist das Sau! What's your name? Should we try it in German? Let's try it, okay? Ja, wir können, ja. Let's try it. Hallo, wie geht's? Hallo, mir geht's gut? Ja, wie geht ihr alle? Wie geht es dir? Und hier? Mir geht's auch gut. Und hier? Hallo! See you later! See you! Bye bye! Have a nice day! Enjoy it! Boah, wie groß sind die Brezeln! Kommen die gut weg? Die Gebecken hier? Schaut's wieder aus! Wie bitte? Schaut's wieder aus! Wie bitte? Schaut's wieder aus! Schaut's wieder aus! Schaut's wieder aus! Die Hände! Okay, alles klar! Schönen Tag noch! Die hatte gar keinen Bock! Twourしい Leute! notre vaya Jauca! Hey, was geht? Willst du mich grüßen? Ja! Ach du Heilige! Siehst du das recht? Ja! Lach dich gesund! Einmal lachen! Ja, ja, ok, ok, geht's! Nein! Wir grüßen Krusti! Wir holen uns jetzt Mars! Mars, wie heißt das jetzt? Adi to Toro? What? Adi to Toro? Adi to Toro! 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 Prost! Prost! Ist gut! Ja! Hallo! Was macht das Leben? Scheiße! 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 Oktoberfest! Scheiße! Wir haben drei Frauen umgebracht! Same! Relativist! Barbarian! Leatherhorn! Ohhhh! Ohhhh! Was zu essen? Affen! Moin Moin! Wichtig! Jan! Sie wurden aufgrund ihrer meisterhaften Fähigkeiten Minecraft Seeds zu Throne ausgewählt, eine wichtige Mission zu erfüllen! Geil, Alter! Bro! Die haben so viel Nutella da drin, Alter! Die sind richtige Gönner! Ahhhh! Der kommt dabei! Der kommt dabei! Der kommt dabei! Der kommt dabei! Merkt euch diese Frau! Die eine hat sich an meiner Hose festgehalten! Was macht sie? Hör, die hat meine Hose kaputt gemacht! Nein! Sie hat seine Hose kaputt gemacht! Was ist das denn? Ich mach ehrlich! Ich mach mich nur das! Das ist das! Das ist das! Was ist mein Arm los! Ne, wird zum Beispiel nicht schwer! Oh, Junge! Oh Gott! Ich bin nicht getrunken! Drei, zwei, eins, los! Oh, 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 schon knapper als schnapp. Oh, Ronny, jetzt alles oha, wenn ihr das sehen könnt. Du bist stark. Weg mir am Arsch, Weg mir am Arsch. Ronny, Ronny Berger, bleiben Sie stehen. Hanno, Digga, ist so in seinem Film. Go. Digga, was machst du? Hier ist voll rutschig. Du fangst so hart, Alter. Oh, stark, stark, stark. Hey, das war gut. Ich schon gehört. Wir haben eine Flöte gewonnen. Guck die jetzt drauf. Spiegel, wenn man von der Seite kommt. Ja, ja, ja. Ich grüße nicht. How besofty are you? 1.8. Was ist das denn? Hey, I have a donation for you. You are very good at playing the float. Flute. I wish you a good life. I have broken the flute. What? No! Wieder schauen. Wieder schauen. I have to go. Ich will das für dich kaufen. Ja, danke. Nee, das behält man. Ich mach Schluss. Guck mich an. Guck mich mal an. Das ist ein Mal an.